So ein bisschen, ein bisschen ernster und ein bisschen zu befehlstun haben. Was? Wolltest du, was willst du, wenn wir jetzt eine schöne, jetzt eine schöne Pflaume vermaschen? Wolltest du, wie schön die Pflaume auslutschen und so ein bisschen... Wir sind ja schon auf uns schon mal, Alter. Wolltest du, was willst du, was willst du? Hey Mann!